Ein guter Tag ist, wenn das Wörter gut ist. Wenn alle Arbeiter am Hoffen wieder gesund angehen. Wenn immer Bettag kommt. Wenn man nach dem Aufstehen auch noch zufrieden nach Hause kommt. Wenn alles funktioniert. Punkt. Meine Partie. Das ist meine zweite Familie. Meine Familie. Familie. Ernährungs. Helden. Sommer. Sommer. Mit Maschurbruch. Ich arbeite lieber im Winter. Bauleiter kann nicht so viel raus. Da kann ich alle eine Schicht mehr anlegen. Im Winter. Da kann ich frei. Hahaha.